Stefan! Wie du dich bewegst! Bewerb dich doch mal im Zirkus! Als Autist! Boah, ich könnte schon wieder kotzen, ey. Wo ist denn eigentlich der Aki? Jogi Löw, 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 Jogi Löw Boah, hier hab ich schon letzte Woche alle Tipps gegeben, ey. Nix da. Anni! Ich steh dir grade 0,6! Glaubst du, das wird im zweiten Satz besser, oder was? Ich bin ja mehr so der griechische Gott, der immer Klartext redet. Tacheles. Nach dem Spanien-Spiel bei der Nationalmannschaft in der Kabine hätte ich gesagt, so Jungs, ihr habt euch was mitgebracht. Was hättet ihr gegeben? Eine richtig heiße Currywurst. Hätt ich gesagt, Jungs, die esst ihr jetzt komplett auf, möglichst schnell. Und wenn du so eine heiße Currywurst frisst und die im Mund kühlst, dann ist es so, als würdest du fließend Spanisch sprechen. Wir hätten jedenfalls mal eine Reaktion gezeigt. Und? Mach den doch mal da vorne! Wo ist denn eigentlich der Aki? Mensch, Aki, 32. Minute, fast pünktlich. Tut mir leid, Trainer, den Bus hat eine Verspätung. Wir warten ja auch auf zwei Busse, Herren- und Frau-Busse. Hau mich mal an. Alter, was hast du für eine Fahne? Willst du Linienrichter machen, oder was? Komm jetzt her, da! Mensch, pack dir die Tasche und setz dich auf die Bank. Ich brauch dich gleich. Kann doch nicht angehen, du hier. Ferdinand, Stefan, Andi, nehmt ihr noch was auf? Ja? Was denn? Eine Folge 3 Fragezeichen und der verlassene Ball? Ja, in der Bundesliga, da wird Nuri Schein seinen Titel los. Jüngster Bundesligaspieler war der 2005. Und jetzt kommt von dem BVB Moukoko, ey. Dem ist 16 Jahre alt. Hör mal, mit 16, da hat mein Aki die 3. Klasse wiederholt. Zum 2. Mal. Ferdinand, willst du mal ein Lob? Ja? Dann bestell dir mal nach Hause eine Kiste Uhu. Dann sitzen bei dir zu Hause ein Dutzend Vögel, die dich so angucken. Eins steht bei meiner Kanonentruppe fest. Wären wenn und aber eine Kiste Pilzgen, dann wären wir schon 8 Mal Meister. Ne, 12 Mal. Geil finde ich ja dem FC St. Pauli, die machen ab nächster Saison ihre Trikots selbst. Ja. Weil das nachhaltiger ist und besser. Ne. Dem haben keinen Ausrüster gefunden. Ich kenn das. Von mein Stefan die Olle, letzte Saison. Das war so eine Müslimuschi. Ne, Esoterik-Olle. Stefan! So wie du dich heut bewegst, ne? Guck mal unter deinen Schuhen! Da wächst doch Moos! Die Olle vom Stefan da, diese Esoterik-Tante, ne? Die hat dann für unsere Saison die Trikots gehäkelt. War richtig super. Und gekratzt wie die Sau. Und das war die Saison, da haben wir nicht nur Hirn, sondern auch bauchfrei gespielt. Boah, ich hoffe, dass hier nochmal was passiert, ey. Vielleicht kommt da so ein Ryan Reynolds hier. Das ist ein Hollywoodstar. Der hat in einem Film mitgespielt, wie heißt der nochmal? Das ist so, wie wenn ich meine Jungs ins Schwimmbad schicke. Äh, Deadpool. Und dem Ryan Reynolds hat so einen fünftligisten aus Wales gekauft. Das ist ein Dreckshemm oder so. Ich will jetzt keinen Druck aufbauen, Til Schweiger. Aber mit meiner Truppe kannst du gar noch einen Film drehen. Ich bin noch mehr so Manta-Manta. Aber das hier ist Pilzkin im Kopf. Boah, ey, Mann! Schon wieder so ein Kackding da! Mir langt's jetzt echt nicht. Aki, komm ran! Trainer, ich geh da nicht raus. Sie treten auf alles, was sich bewegt. Ja, dann hast du doch gar nichts zu befürchten! Komm, mach dich warm jetzt da, ey. Komm mal, Aki, bist du gleich soweit, oder was? Sekunde! So, komm Aki, mach ran! Ja, Aki, wieder ein Bus. Zu spät!